Ich muss jetzt gerade wieder daran denken, das ist mein Fluch! Wie krieg ich denn die Dings zum Einsturz? Ich probier jetzt mal was. Ne, damit gehts auch nicht, okay. So, okay, jetzt kann ich ja so langsam mal mich darum kümmern. Ich dachte, das müssen wir jetzt mit jedem dieser Säulen machen. Ach verdammt, A war es ja, A muss ich tun. So, zum läutern. Komm! Oh! Und, hopp! Und, hopp! Das ist doch klar, dass da noch eine Truhe war. So. Deswegen hatte ich eigentlich schon Schiss, als da die Videofrequenz angefangen hat. Dass ich da schon wieder was verkackt hatte, aber zum Glück natürlich nicht. Ja, 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 lass mich hier durch. Und da und da und hier und... Yes! Perfekt! So! Ernsthaft? War dieses Kommentar denn jetzt echt nötig? Aber jetzt hier über diesen, diesen schönen Ort geschändet, ja, also... Und dann kommt der mit so einem blöden Spruch an. Okay, halten wir. Perfekt! So! Ich versuche jetzt noch ein, zwei Waffen abzusnacken. Dass wir dann gegen den Endboss halt ein bisschen was haben. Oh! Ah, gut, dass da noch mal die Info kam, ne, von wegen... Achtung! Du kämpfst gerade hart am Limit. Hüah! 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 Und... Komm, 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 komm! Schlag mich, schlag mich, schlag mich! Trau dich! Scheiße! Komm, komm, komm! Ich guck mal, ob wir hier noch eine Axt finden. Jaaa! Haben wir gefunden! Hüah! 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 Haaa! Hüah! 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 Nicht mit... nicht mit uns die fippen gerade ein bisschen die musik okay schütt schwert axt und natürlich ich glaube der hat auch nicht so die arge attitude zu fliehen groß zu fliehen der möchte bloß und was vorbereiten kampf arena oder sonst irgendwas der typ da sei einfach nicht nach dem temperament aus wirklich feigling zu sein so jetzt haben wir hier wieder sieben punkte abgestaubt sehr schön war das sogar ja also ich glaube ich habe echt immer das problem den anlauf eines neuen kapitels ja also ersten zwei missionen verkacke ich grundsätzlich war ja auch in dem in der mission davor in dem kapitel davor wo ich dann noch hausaufgaben machen musste und danach habe ich dann immer alles gefunden sehr schön sehr schön gut jetzt haben wir hier ich wollte hier nach oben gehen zwei schläge da hat man es gelernt gehabt zwei äxte jetzt machen wir mal hier schwert und schütt oder sowas hier ich möchte nämlich auch mal schütern kämpfen damit wir hier auch ein bisschen was haben oder speer wir können natürlich das hier auch lernen dann lernen erst mal das hier lernen erst mal das hier so verdammt interessant sehr interessant so und was haben wir hier unten noch beinstecher zack 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 ja geil so da hätten wir beinstecher auch und dann hier zweihand axt wollen wir mal gucken was wir hier noch haben vertikalschlag hoher schlag eisen ramme um mehr das möchte ich auch gerade gar nicht so mitbekommen änderungen übernehmen ja verdammt jetzt habe ich den einen punkt nicht eingesetzt okay ist ja auch wurs so er rennt schon wieder fort so hier war schon mal die erste kiste jetzt lassen wir uns aber hier auch nicht so locken freunde so arg lassen wir uns auch nicht du wolltest das mut zu flass zeigen oder bei den soldaten dieses gerade in den weg stellen wird das wird sicher ganz stumm werden bis wir uns schnappen komm schon sehr schön moment hier komm yes jetzt haben wir zwei schwerter zwei schwerter fand ich auch sehr geil diese aggression hier ich weiß immer noch nicht was ich drücken muss um den typen dann zu finishen wenn wenn erste bahn festhält ok ich weiß nicht wieso wir hier ein zweihandschwert auf dem rücken haben aber wir haben ein zweihandschwert auf dem rücken das werden wir auch erst mal mitnehmen macht nichts nennen wir uns zuerst in aller ruhe ein paar byzantine als vorspeise ja sehr schön zack ich glaube als nächstes lerne ich wirklich den versuch modus so eins zwei pünktchen meine waffe ist hinüber wir finden auch gleich eine neue moment oh da haben wir es moment ruhig da ok also wir brauchen nicht mehr lange und ich habe nur noch später in der hand wir brauchen auf alle fälle tun und ein kreuz truen und ein kreuz so hier finden wir auf alle fälle keine truhe da ist die truhe da ist die truhe da hinten hat sich eine truhe versteckt ach verdammt das ist natürlich auch gerade eine geile position zu kämpfen so ein bisschen probier es doch mal kreuz meine waffe ist gerade in ihrer einzelteile zerfallen kreuz 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 mal hier mit dem abgeborenen stummel alter und ich sehe ja nichts was kreuz kreuz ha 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 n ein wahres hoch auf den der dieses zelt eingesetzt hat von den programmierern BAM So Ah, da hast du erstmal hinein gekriegt So, okay Äh, oder Zweihandschwert Ich weiß nicht, Speer oder Zweihandschwert Erst einmal hier das Schwert Nehmen wir mit Und hier gucke ich noch weiter, ob wir hier vielleicht Irgendwas Besseres finden Verdammt, meine Waffe ist kaputt Alter, die halten wirklich nichts aus Ich weiß nicht, bauen die die aus Zuckerrohr oder Was ist das hier für eine Scheiße Das war hier mit den Griffen kämpfen So, Autotarget Diese Waffe sieht nur etwas benutzt aus Tötet sie alle Geht doch, geht doch Ja, Baby Da haben wir Na Scheiße Hüpp Also ich glaube, da kann man auch warten, bis man ihn einfängt Tja Oh, hier fühlt er sich so geil mit seinem Scheiß-Bär Hier, kriegst du jetzt dafür ihn So, komm Hallo Man darf nicht vergessen, uns fehlt immer noch ein Kreuz und zwei Kisten Je mehr wir töten, desto mehr werden sie Vielleicht tötest du dich schnell genug Ah, kommt mir manchmal wirklich so vor Ich würde gerne schneller töten, aber es geht nun mal nicht Zumindest nicht immer Hast recht, wenn unsere Waffen wieder rostig waren Nach links kommen wir jetzt nicht mehr Scheiße Ich wollte dann auch nochmal an das Tor ranlaufen Und hoffen, dass da das Kreuz war Hilfe Das war jetzt nicht so cool Ich glaube, da 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 war jetzt so cool Ich glaube, da war jetzt so cool